Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Mit diesem Video möchte ich euch verraten, wie man super schnell im Großen 1x1 rechnen kann. Wir beginnen ganz einfach. 13 x 13. Habt ihr es raus? Ich rechne. 3 x 3 sind 9. 13 plus 3 sind 16. Schon bin ich fertig. Nochmal. 15 x 15. Los geht's. Fertig. Ich rechne. 5 x 5 sind 25. 2 merke ich mir. 15 plus 5 sind 20 plus die 2, die ich mir gemerkt habe. 22. Schon bin ich fertig. Weiter geht's. 15 mal 13. Ich rechne. 5 x 3 sind 15. Den 5 schreibe ich hin. 1 merke ich mir. 15 plus 3 sind 18. Plus den 1, den ich nicht mehr gemerkt habe. 195. Und einen letzten. 12 x 12. Fertig. Ich auch. Was habe ich gerechnet? 2 x 2 sind 4. Und 12 plus 2 sind 14. 15. Okay. Das war's.